Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im August mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf und ganz herzlichen Glückwunsch an die Geburtstagskinder vom August. Für euch kann dieser Monat Erfolge auf der ganzen Linie bringen, sowohl in der Liebe als auch beruflich oder beim Manifestieren eurer Herzensprojekte. Nur gesundheitlich fühlt ihr euch gelegentlich vielleicht ein bisschen schlapp, und solltet öfter mal Pausen einlegen. Aber das legt sich in der zweiten Monatshälfte wieder. Wenn ihr euch zum Geburtstag eine Jahresvorschau mit euren persönlichen Tendenzen gönnen wollt, bin ich gerne für euch da. Ihr findet mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Über eure wichtigen langfristigen Tendenzen mit den langsam laufenden Planeten könnt ihr euch jederzeit im Jahreshoroskop noch mal informieren, entweder im Video oder auch in meinem Buch. Und das halbe Jahr ist ja jetzt rum, deswegen gibt es mein Jahreshoroskop als Buch jetzt auch zum halben Preis. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir in eure aktuellen Sterne für den August schauen. Die Sonne steht im Löwen und auch der Merkur, der rückläufig ist, und das Ganze bei euch im 12. Sonnenhaus des Rückzugs und der Spiritualität. Wahrscheinlich braucht ihr jetzt öfter mal Zeit für euch und ihr solltet auf jeden Fall genug schlafen. Mit dem rückläufigen Merkur könntet ihr Sachen vergessen, verlegen oder ihr kommt an bestimmte Informationen nicht ran und das dauert noch bis etwa zum 19. August. Ideal ist diese Phase, um öfter mal zu meditieren und den Geist von allen Gedanken zu lehren. Es ist auch eine gute Phase, um Botschaften durch Träume zu empfangen. Die Venus steht noch bis zum 7. August in eurem Zeichen und verwöhnt euch mit Charme und Ausstrahlung, besonders die dritte Dekade. Die zweite Dekade empfängt den Romantikaspekt zwischen Jupiter und Neptun und letzterer steht ja bei euch im Partnerhaus und stimmt euch sehr romantisch. Ihr müsst nur bitte aufpassen, wenn ihr jemand Neues kennenlernt. Es kann sich herausstellen, dass die Person schon anderweitig gebunden ist oder sonst ein Geheimnis hat, was einer Beziehung im Weg stehen würde. Also lasst es langsam angehen, aber das Potenzial für eine große Romanze ist gegeben. Der Mars steht immer noch im Wassermann und ist rückläufig bei euch im Berufshaus. Ideal, wenn ihr Urlaub habt. Ansonsten zeigt das Verzögerungen im Arbeitsablauf an oder Kollegen, die sich nicht an Absprachen halten oder lustlos bei der Arbeit sind. Lasst euch davon nicht ärgern, denn ihr habt jetzt die nächsten zwei Monate einen fantastischen Manifestationsaspekt mit Uranus und Saturn, die beide günstig für euch stehen und ihr werdet so oder so vorankommen. Euch kann nichts aufhalten. Dieser Aspekt wirkt direkt auf eure Sonne, wenn ihr in den ersten Tagen des Jungvorzeichens Geburtstag habt. Aber natürlich können auch andere Positionen in eurem Horoskop diesen Aspekt empfangen. Das müsste man dann mal in einer Beratung klären. Ein Wermutstropfen ist dabei eine Spannung zwischen Saturn und heiler Planet Chiron, die den August und September über andauert. Es kann passieren, dass ihr euch um ein gesundheitliches oder seelisches Problem bei eurem festen Partner kümmern müsst, was den Freiraum für eure Herzensprojekte einschränkt. Und wenn ihr heilerisch tätig seid und mit alternativen Methoden arbeitet, kann es zu Schwierigkeiten mit Behörden, Krankenkassen oder der Gesetzgebung kommen. Am 6. August geht dann die Lilith ins Zeichen Wassermann und damit in euer sechstes Haus. Da geht es um eure Arbeitsabläufe und auch um eure Gesundheit. In den kommenden neun Monaten wünscht ihr euch im Job und auch im Alltag mehr Freiraum. Und insofern kann euch Lilith dabei helfen, eure persönlichen Projekte zu manifestieren, weil ihr euch nicht mehr so leicht anderweitig einspannen lasst. Alles über diesen wichtigen Transit und wie ihr sich für euer Sternzeichen auswirkt, erfahrt ihr in meinem neuen Special Kreativ, wild und frei Lilith im Wassermann. Schaut euch das bitte dazu an. Am 7. August wechselt die Venus ins Zeichen Waage und geht dann bis zum 9. September durch euer zweites Sonnenhaus. Da geht es um eure Besitztümer und die persönlichen Werte. Das ist ein toller Aspekt, um Wertschätzung zu bekommen und auch um Anschaffungen zu tätigen, die euer Leben verschönern. Kritisch sind die Tage vom 7. bis zum 11. Da kann es darum gehen, dass euer Partner nicht mitzieht oder dass euch durch eine Krankheit des Partners Gesundheitskosten entstehen und ihr deshalb Abstriche für eure persönlichen finanziellen Wünsche machen müsst. Am 11. August haben wir dann den Neumond im Zeichen Löwe in eurem zwölften Haus der Spiritualität. Das ist ideal für alle Jungfrau Geborenen, die sich mit spiritueller und magischer Arbeit beschäftigen. Da der Neumond auf einen Samstag fällt, könnt ihr euch ein schönes Ritual mit Meditation gönnen und eure Wünsche ans Universum absenden. Danach kommt ihr mehr und mehr in einen wunderbaren Flow, ob nun in kreativer Hinsicht oder beruflich oder auch zusammen mit einem tollen Partner. Am 13. geht der Mars zurück ins Zeichen Steinbock und bildet dann für den Rest des Monats einen günstigen Aspekt zu eurer Sonne, ist dabei aber noch rückläufig. Deswegen macht ganz in Ruhe und bleibt entspannt. Die Zeit arbeitet für euch. Am 19. wird der Merkur wieder direktläufig, was ihr sicher spüren werdet, weil eure Gedanken jetzt wieder klarer sind und fehlende Informationen wieder auftauchen. Auch Verträge könnt ihr danach wieder unterschreiben. Und am 23. August morgens um 6.08 genau geht die Sonne dieses Jahr in euer Zeichen Jungfrau. Sie aktiviert dann für vier Wochen eure Vitalkräfte, eure Ausstrahlung, eure Überzeugungskraft und euer Selbstbewusstsein. Und sie verstärkt für den Rest des Monats euren kreativen Flow und die Erfüllung eurer Wünsche. Das sieht man an diesem großen blauen Dreieck. Allerdings haben wir vom 23. bis 28. noch mal eine kritische Phase mit der Venus in eurem Geldhaus. Passt auf, dass ihr nicht unter finanziellen Druck geratet. Vielleicht, weil ihr in euer Herzensprojekt investieren wollt. Am 26. August ist dann der Vollmond in den Zeichen Jungfrau und Fische, also bei euch auf der Beziehungsachse. Und der beleuchtet, sieht man hier, der beleuchtet die vielen positiven Potenziale, die ihr zurzeit habt und zeigt vielleicht auch schon erste Ergebnisse eures Einsatzes. Der Vollmond fällt ja auf einen Sonntag und lenkt die Energie auf eure Beziehungsangelegenheiten. Deshalb könnt ihr das Vollmondwochenende auch zum Flirten nutzen oder um mit eurem festen Partner kuschelige Stunden zu zweit zu verbringen. Schließlich wird auch der Mars am 27. endlich wieder direktläufig hier im Steinbock und beteiligt sich dann von dort aus noch bis zum 11. September an den günstigen Konstellationen für euch. Das waren eure Konstellationen im August. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichen-Roskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist diesmal am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen, zum Beispiel zu dem Transit von Lilith durch den Wassermann. Und jetzt komme ich zur Verlosung und weil die Lilith in den Wassermann geht, gibt es eine Lilith-Beratung zu gewinnen. Da können wir uns in Ruhe anschauen, wie sich der Transit von Lilith durch den Wassermann in eurem persönlichen Horoskop zeigen wird. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Natürlich das Neue über Lilith im Wassermann, aber auch über Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen!